So da la, Hallöchen, ich grüße dich herzlich willkommen zurück zu The Last Guardian, jetzt geht es aber leider doch weiter. Was heißt leider, ich freue mich ja, dass ich hier weiterkomme. Hey, Trico, komm mal her. Geh jetzt her. Was klotzt denn der schon wieder so blöd? Trico? Warte mal. Wenn ich mich so hinstelle vielleicht. Was möchte denn der da hinten? Jetzt kommt er da her, oder? Trico? Kommt Bock heute, oder was? Okay, der hat so eigentlich nie Bock, irgendwie. Was ist denn, Trico? Das ist noch leicht aufgeheizt, oder? Alles wieder gut? Ja, das ist mager, fein. So, und jetzt drüber. Was ist denn, Trico? Was ist denn, Trico? Komm. Wieso bist du noch so aggressiv? Der ist noch aggressiv, kann das sein. Der hat grüne Augen. Ich krabbe mal, ich steig dir mal aufs Rachter. Wieder gut? Kamera? Oder? Wer ist denn auf diese blöde Idee gekommen mit der Kamerei? Äh, der kehrt. Geschlagen kehrt er. Hopp jetzt! Endlich! Junge, Junge, Junge. So, und jetzt mach Männle. Dann klappt das auch mit dem Aufklettern. Warum nicht, oder gleich so, oder? So, Entschuldigung, diesmal ist nicht meine Schuld gewesen. Endlich. Wieder ein bisschen frische Luft. Okay, wir hauen den Hebel runter. Auf der anderen Seite gibt's... Da gibt's vielleicht noch was zum Essen für Trico. Nee, okay. Nein! Müssen wir doch hier runterklettern. Ich frag mich ja, was es mit diesen komischen... ...Glasplatten auf sich hat. Komm! ...Greifen. Okay, der wird rot. Oh, oh, oh. Okay, das ist... Ich glaub, wir schmeißen das tatsächlich runter. Oder wir ziehen, oder wir ziehen. Warte mal. Ich schau mal, ob wir damit was machen können. Ob wir den... Ja, okay, das wird nix. Besser? Okay, es geht ihm anscheinend jetzt wieder besser. Was das angeht. Was guckst du da nach oben? Upsala, siehst du das so weit, hab ich noch gar nicht gedacht, ne? Achtung, auf springen kannst du das? Alter Schwede. Wow, Trico. Wo bin ich jetzt? Okay, ich krabbel mal rauf. Du wirst schon wissen, wohin, ne? Madame? Madame? Volle Fahrt voraus. Wo gehst du hin? Vor allem, wer hat das gebaut, ne? Ich halte mich fest. Boah, leg mich doch. Du bist dein lieber Trikot. Wenn wir dann auf den anderen Drachen, ich nenne ihn jetzt, ich sag jetzt mal, das ist ein Drache. Wenn wir jetzt auf den anderen Drachen zukommen, können wir da einen Trikottausch machen? Ah, wie geil. Entschuldige, so. Es ist doch witzig, oder? Was? Da drüben war noch was cooles. Was? Da drüben war noch was cooles. Ach, überall wo es so Wasser ist, sind ja auch diese Schmetterlinge, diese gelben, ne? Ah, ist das schön. Sind das hier Schienen? Sind das hier Schienen? Das sind Schienen. Ich komm, mein Freund. Gibt's ja eigentlich was zum Essen? Hier muss es eigentlich was zum Essen geben, oder? Für dich. Okay, da oben ist ein Hebel. Okay, da oben ist ein Hebel. Okay, Trikot. Ähm. Lass mich mal ganz lieb da hochzutieren. So, dann schaffen wir das schon in der Folge. Ruhig, Brauner. Ruhig, Brauner. Ruhig, Brauner. Ruhig, Brauner. K oude? Ruhig, Brauner. Ruhig, Brauner. Ruhig, Brauner. Na wohl cheeks. Ruhig, Brauner. Schau,�buhr, Maurer. sizedsack,anga! Ich bin auf dasaischen Hebel. Ruhig,ян Jetzt einfach mal hier hoch, anscheinend mohrenet. Okay, da hinten haben wir ja einen Hebel. Okay, wir kommen aber allerdings hier... Können wir hier ganz nach oben? Trico? Ja, Trico! Ja, ist ja gut. Voll in die Pfützen reinkopfte. Okay, Trico, wir versuchen es mal... Versuch es mal noch mal mit Männle. Komm, mach noch mal Männle! Männle! Ja, Trico! Ja, Trico! Ja, Trico! Sitz! Wenigstens hör er da drauf. Okay, geh mal da rüber. Und jetzt mach Männle, komm mach Männle! Ich probier's mal... Ich probier's mal... Springst du jetzt? Alte! Boah. Nein! Nein! Alter, verlaufflatscht. Nein, Trikot! Weißt du was? Wir machen doch einen Trikotausch. So. Ich mag das Wortspiel. Komm spring. Ja, so sind wir schon richtig. Weizsattler, lauf mit dir, komm. Weizsattler, hopp. Alter. Schwere Geburt, wo das ist. So. Ist das jetzt schon wieder hier? Springen? Wohin? Da rüber? Nee, oder? Da rüber? Nee, oder? Ist doch viel zu weit, oder nicht? Doch nicht, doch. Ist doch nicht so weit, wie es zuerst ausgeschaut hat anscheinend. Okay, wir müssen... Nein! Nein! Flatsch! Bitte lasst ihn irgendwo jetzt zwischengespeichert haben. Ah, Gott sei Dank hier. Das ist jetzt eh. Flatsch! Griechen wir schon, hat er gemeint. Griechen wir schon, hat er gemeint. Komm, lauf! Komm, lauf! Okay, irgendwie muss ich vielleicht dann doch tatsächlich auf den Käfig drauf. Wir werden es jetzt mal testen. Tatsächlich! Wieso leuchtet das so? Wieso leuchtet das so? Klettern? Wir klettern mal nicht, wir versuchen mal... Nein! Jetzt kommen wir hier nicht durch. Willst du mich verarschen und spielen? Gibt's hier einen Hebel. Da haben wir hier einen Hebel. Gibt's hier einen Hebel? So, was ist jetzt? Ach so. Wir können die ganze Suppe...klar! Wohin mit dem Zeich? Ich geh mal davon aus. Alter, der kleine Junge, keine Ahnung wie alt er ist. 7, 8, ich hab keine Ahnung, hebt doch den ganzen Kessel da. Kommst du? Also vielleicht muss ich doch unten rum. Mach schon wieder 20 Minuten rum, hey halt. Schau mal, ich muss ja eigentlich unten auch noch einen Weg geben, oder? Ich weiß, dass der da ganz scharf drauf ist. Die Frage, wie krieg ich den da her? Wie krieg ich den jetzt zu Trikot? Ich glaub, ich muss doch nach oben, ich glaub... Warte mal, wenn ich den ab...stell, vielleicht kann ich die öffnen, die Balken. Also wenn der Junge den Kessel rumschleppen kann, ne? Einige Stockwerke, die Treppen auf, dann müsst ihr doch auch die Holzbeigen wegkriegen. So, was weiß ich, mach das auch noch auf. Jetzt... ...nobel geht die Welt zugrunde. Guck mal! Guck, jam jam. Guck mal! Isst du denn jetzt, oder? Ah, wir müssen den da hin, ich bin nicht ein Idiot, ne, ich wollte es dem zum Fressen geben jetzt. So, Trikot, jetzt pass auf. Ich denke doch manchmal zu kompliziert. So, und jetzt. Ah, guck mal, jetzt zieht er. Ah, okay, warte, 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 warte. So, dann haben wir hier was, das greifen wir uns auch noch. Komm, machen wir heute ein bisschen. Ei, 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 ich muss draufbleiben. Ich muss draufbleiben. Da wird heute ein bisschen, wird heute, wird heute, wird heute, wird heute, wird heute, wird heute halt wieder ein bisschen folgen, eine längere Folge. Okay, und was hat das jetzt gebracht? So, wir nehmen mal das Teil mit. So, bringen wir das Trigo 1 nur zum Fressen. Vielleicht zieht er dann so, dass wir das... Jetzt zieh halt jetzt wieder dran. Komm, zieh. Jetzt gibt es nichts zum Fressen. Komm, zieh. Komm, zieh. Sollst an dem Ding ziehen jetzt. Warte mal, wir können den ja... Komm, zieh. Komm, zieh dran, dann gibt es auch was zum Fressen. Da komm, so jung kommen wir nie mehr zusammen. Ich frage mich, warum wir hier das Ding nach oben gemacht haben. Das wackelt an der Natur. Komm, da geht es in die Freiheiten raus, Trigo. Komm. Du blöder Hund. Vielleicht muss ich da noch mal kurz weg und dann... Ah, ich glaube, jetzt geht er wieder hin. Komm. Jaquietto's, Trigo. Kuck! Riko, kuck! Die Frage ist nur, wie kriegen wir dich jetzt da rüber, ne? Können wir da nach oben? Komm, das probieren wir jetzt noch voll so schnell. Ich hab ne Idee, ich hab tatsächlich ne Idee, die vielleicht auch klappen könnte. Ne, die klappt nicht. Lass mich nochmal durch. Komm, lass mich nochmal durch. Danke. Ah! Komm, Trico, mach nochmal. Du spinnst jetzt. Geh da rüber nochmal, komm. Sei ja brav. Komm einmal richtig hoch und dann kommst du da durch. Ah, er mag nicht, liebe Freunde. Dann probieren wir es in der nächsten Folge. In der nächsten Folge von... Von... Er hat jetzt nicht mit dem Kopf durch die Wand in der nächsten Folge von The Last Guardian. In diesem Sinne. Macht's gut, oder? Er versucht es vielleicht noch einmal. Komm. Komm! 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 Ja komm, zieh jetzt. Und dann kriegen wir das schon hin. Hopp. Hopp einmal noch gescheit hoch. Komm jetzt rüber. Zieh. Halleluja. In diesem Sinne, liebe Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Morgen machen wir dann hier weiter. Macht's gut. Servus. Euer Franconian. Ciao. Oder passiert jetzt noch was? Ich hoffe jetzt nicht. Ne, in diesem Sinne. Servus, euer Franconian. Ja. Ja. Ja.